Koji Matsushita ist der beste Abwehrspieler der Welt. Auch für ihn ist es wichtig, einen guten Aufschlag zu haben. So verschafft er sich eine bessere Ausgangsposition in der Defensive. Da die Rückhand als sein bester Schlag gilt, spielt er oft Rückhandaufschläge. Damit steht er bereits in einer optimalen Stellung für den nächsten Schlag. Da beim Rückhandaufschlag die gleichen Grundprinzipien gelten wie beim Vorhandaufschlag, haben wir für Sie drei Aufschlagarten des Japaners herausgesucht. Schauen Sie selbst, ob Sie den ersten Teil des Videos richtig verstanden haben und die Aufschläge erkennen. Die Auflösung gibt es jeweils im Anschluss. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Haben Sie den Aufschlag erkannt? Kojima Tsushita hat uns einen Rückhandaufschlag mit Seitenschnitt demonstriert. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben Sie den Unterschied soeben bemerkt? Diese Rückhandaufschläge waren ohne Schnitt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.